Was geht Leute? Herzlich Willkommen zu einem neuen Brawler-Edgar-Video von mir. Ihr alle habt schon mitbekommen, der neue Brawler-Edgar ist jetzt endlich draußen kostenlos für jeden Spielbar, Freunde. Wir machen heute wieder ein kleines lustiges Video und zwar, sobald ich den neuen Brawler-Edgar in einer normalen Runde Showdown, ich werde mit einem normalen 500er Brawler reingehen, sobald ich einen Edgar sehe, ist das Video direkt vorbei, Freunde. Wir hoffen mal, dass das Video so lange wie möglich geht und wir switchen rüber zum Gameplay. Also, wir gehen rein mit unserem guten alten Crow-Bro. Auf geht's Leute. Ohne zu zögern und, okay, guck genau hin, Bruder. Also ich habe meinen Edgar auf gerade mal 100 Trophäen und es gibt schon sehr viele, die ihn sehr hoch gepusht haben, deswegen ist die Chance, dass er jetzt in dieser Runde hier drin ist, eigentlich schon gut hoch, Alter. Schon gut hoch. Also, ihr müsst alle bis zum Ende durchziehen. Wow. Bruder, der ist echt nicht entspannt, Digga. Du musst dich mal beruhigen, mein Freund. So, er wird sterben, oder? Wird er sterben? Jetzt ist er tot. Okay. Killfeed zählt auch. Also, wenn ein Edgar jemanden gekillt hat oder von jemandem gekillt wird, ist es auch vorbei. Also, es darf einfach kein Edgar drin. Hier ist ein Baby, ja. Gehen wir rein? Wir gehen rein. Auch ganz easy, Bruder. Nächsten? Na, das ist too much, Bruder. Das ist too much. Ich hätte... Oh mein Gott. Ulti einfach gefettfingert und verschwendet. Geil. Sehr nice, Bruder. Wirklich. Oh nein, 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 Digga. Aber alles gut. Alles gut. Alles gut. Kein Edgar war zu sehen. Nächste Runde, Freunde. Wir gehen mit einem anderen Brawler rein. Wir gehen mit... Bruder, wir gehen mit Sprout rein. Komm. Auf geht's, Digga. Mit Sprout. Leute, lasst alle ein Like da. Ein Kick ist da. Okay. Puh. Knappe Sache, Bruder. Knappe Sache. Aber warte, wir battlen den Kick hier. Oh. Oh. Das war ein Crow, ja. Wir haben Chuck Norris getötet. Oh nein, Bruder. Chuck Norris. So. Ein Bale ist gestorben. Wollen wir den Crow pushen? Was war das für ein kleiner Freak? Ich gehe nicht mal den Power-Typ aufholen. Äh, einsammeln. Gar keinen Bock. Also bis jetzt, Leute. Wirklich. GG schon mal. Krass, Digga. Es scheint so, als wäre jetzt in der Runde auch tatsächlich keiner drin. Das ist doch echt Jackpot. Bruder. Komm. Ich kriege ihn, oder? Nein. Max und Daryl sind die beiden Letzten. Daryl wird es 100% gleich auf mich zu. Äh, gerollt, komm. 100% deswegen. Chill ich lieber. Er hat jetzt eh sein Ulti. Bruder. Ich bin raus. Ich push gerne hier. Oh. Er hat sich allein rumgekümmert. Bruder, ich muss weg. Ja, Robi kommt. Okay, jetzt. Komm. Nein, 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 nein. Oh. Nein, nein, nein. Das hat nicht. Mann, Digga. Zweiter. Aber ey, immerhin. Leute. Wir gehen in die nächste Runde rein. Jetzt wieder mit einem anderen Brawler. Let's go. Wir nehmen jetzt mal Piper. Wir gehen rein. Auf geht's, Digga. Wir sind bei vier Minuten Videolänge, Freunde. Vier Minuten haben wir gepackt. Okay, Jackie. Jackie, ich will es wissen. Wer ist rechts? No, keiner. Okay, komisch. Ich hab Angst. Ich hab vor dem Killfeed Angst, Mann. Der kommt ganz unerwartet. Bruder, wieder keiner hier. Kein Edgar zu sehen. Vielleicht in der Mütze. Okay, auch nicht. Leute, ich glaub, wir haben's wieder. Wir haben wieder eine Runde ohne einen Edgar. Oh, er ist Misa One-Hit. Er ist dieser andere One-Hit. Mann. Der nervt mich. Nein. Ganz falscher Moment dafür. Okay, hier ist Shelly drin. Nein, Penny. Okay, okay. Der Roboter, ich glaub, der geht jetzt auf Penny. Ja, ich wusste es. Lucky, Misa One-Hit. Lucky tot. Ich muss auch kurz stehen. Ich bin auch fast One-Hit, Digga. Ganz gefährlich gegen Aftritt. Nein. Ey. Ey. Verdammt, Digga. Was? Ey, weicht gut aus, Bruder. Wie schlecht bin ich's? Wie schlecht, Bruder. Ab in die Mitte. Bitte, bitte. Hier ist keiner. Und wir haben Glück gehabt. Auf ein neues. Auf ein neues Ding. Ich hab ihn. Endlich, Digga. Der elendige. Oh. Komm. Oh mein Gott, Bro. Weg hier, Bro. Ich werd's aber trotzdem nicht facken. Ich bin tot. Dritter. Freunde, ey. Digga, let's go. Vierte Runde gehen wir jetzt rein. Wir gehen nochmal in Piper. Ich hab mit Piper hat's gebockt. Komm. Nochmal, nochmal. Ich konnte nicht sehen, wer da ganz links ist. Das war das Ding zu schnell. Digga, bis jetzt einfach noch kein Nettger krank. Es wird gegönnt, Leute. Es wird gegönnt. Oh, das ist Nani. Ich hab sie. Nani tot. Was? Roboter geht auf mich, Bruder. Rip. Mann, Digga. Warum? Nein. Im Killfeed, Leute. Er war im Killfeed. Er war einfach im Killfeed, Digga. Bruder, warte. Komm. Er war im Killfeed. Das ist die letzte Runde. Ja, also er war da. Leider, Leute. Oh mein Gott, Bruder. Ich hab so gut gespielt. Ich hab so verdammt gut gerade gespielt. Gib zu. War krass. War krass, oder? Ey. Bruder. Let's go. Was hab ich gerade mit den Gegnern gemacht, Digga? Ich hab ihn wirklich hops, hopsi wie hops genommen einfach. Ach. Bruder, let's go. Und Ems ist tot. Ja. Rip Ems. Ja, Leute. Das ist auf jeden Fall. Das war die letzte Runde. Edgar war zu sehen. Zeig mal. Hab ich irgendeinen Fehler gemacht? Nee, Edgar war wirklich nicht da. Guck mal. So waren die... Guck mal. Ich hab das Video gestartet, Freunde. Mit den Gedanken. Guck mal. Also das hab ich zuletzt gesehen. Dann dachte ich so, okay. Die ultimative Challenge. Wie lange wird... Ich dachte eigentlich, in der ersten Runde wird's vorbei sein. Aber krass, Leute. Wir haben's lange durchgezogen. Hier. Da war Edgar zu sehen. Ein Edgar war im Game. Ja. Ich würd sagen, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Wenn euch diese Videos gefallen, dann sagt Bescheid. Checkt gerne meinen TikTok ab. Instagram. Haut rein, Freunde. Bleibt stabil. Und ciao, ciao.